Herr Müller, die Leute merken es und die Frage ist, ändert sich jetzt was? Also begehrt der Bürger jetzt wirklich auf, wenn ihm das langsam klar wird? Dieses Ding geht so fürchterlich schief, wie wir das bisher noch nie irgendwie angenommen haben. Also Sie denken ja viel darüber nach, wie kommt Wandel in die Gesellschaft. Haben wir hier einen Wandel-Moment? Also dafür sind 1000 in Frankfurt ein bisschen wenig, muss ich mal sagen. Also es sind nicht nur 1000 in Frankfurt, es sind zigtausend, die auf die Straße gehen. In Amerika ist es eine Massenbewegung geworden und die, jetzt wird es richtig erschreckend, massiv mit dem, was eigentlich die Demokratie sein sollte, niedergeknüppelt wird. Die amerikanischen Wall-Street-Banken haben Millionen gespendet in den letzten Wochen für die New Yorker Polizeibehörde mit dem Hinweis, jetzt wäre ja wohl genug Geld da, um die Banken und das Bankenviertel damit zu schützen. Es werden in Kalifornien, werden die Zelte niedergeknüppelt, werden die mit Gummigeschossen zusammengeschossen, friedliche Demonstrationen. Es wird all das, was in den letzten Jahren eingeführt wurde, um angeblich den Terrorismus zu bekämpfen, jetzt umgedreht, um die Bürger zu bekämpfen. Yahoo hat eingeräumt, dass es die gesamten E-Mails, die mit Occupy zusammenhängt, bei der Demonstration, vor den Demonstrationen, zurückgehalten hat und hat sich hinterher entschuldigt, es wäre versehentlich im Spam-Filter gelandet. Es passiert ein massiver Eingriff gegen das, was wir als urdemokratische Prinzipien verstehen. Und das sehen wir in vielen Bereichen. Und wir sehen, dass die Bürger, Sie haben es richtig gesagt, Sie haben es auch richtig erkannt, ja, die verstehen momentan noch nicht die Zusammenhänge, aber wir auch. Wir aus der Finanzwelt, wir verstehen selbst viele Zusammenhänge nur rudimentär und schlagen uns die Köpfe ein, was der richtige Weg wäre und wo es hingeht, wo die Probleme sind. Die Politik versteht nur einen Bruchteil davon und die Bürger, da sie sich ja sonst mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben, können es kaum verstehen. Also ich darf es denen nicht vorwerfen, sie werden bewusst seit Jahren dumm gehalten. Es gibt kein Schulfach dafür, es wird sich nicht aufgeklärt, weil dann kann ich sie auch besser am Bankschalter über den Tisch ziehen. Die sollen nicht verstehen, wie es funktioniert, das Geldsystem, weil sonst hätten wir, wie sie fortrichtig sagte, die Revolution. Also wir können es dem Bürger jetzt nicht vorwerfen, dass er es nicht versteht und keine klaren Lösungen anbietet. Aber er versteht, dass das schief geht und er geht auf die Straße und jetzt haben Sie auch was Richtiges gesagt. Es ist der Bürger, der am Ende die Politik dazu zwingt, sich wieder zu emanzipieren. Wenn die Piratenpartei jenseits der 10% bekommt, ohne jedes sinnvolle Konzept, wenn die Bürger auf der Straße sind, dann plötzlich wird der Politiker, der bisher gekuschelt hat und bequem hatte, der erwacht plötzlich und sagt, verdammt nochmal, jetzt wird es gefährlich für mich, ich bin gefährdet auf meinem Stuhl, ich muss mich jetzt von den Banken emanzipieren, ich weiß ja schon lange, dass das, was ich hier mache, nicht korrekt ist, aber jetzt werde ich gezwungen und habe gegenüber diesen Banken jetzt oder gegen diesen Lobbygruppen sogar ein Argument, ich muss das machen, ihr seht doch, die Bevölkerung zwingt mich. Aber dann müssen die Bürger sich auch klar machen, dass sie dabei natürlich auch federn lassen, mit alteingestandenen Vorstellungen von einem... Das ist das Problem, doch. Das ist das Problem. Das Wohlstandsversprechen ist natürlich auf Pump. Herr Müller hat einen Vorschlag, der jetzt auf uns, das Publikum, das Wahlvolk zielt, indem er nämlich gesagt hat, ja, man soll ja, das ist Demokratie, ihr müsst abstimmen, aber es wäre ganz schlau, man hätte auf dem Stimmzettel nicht nur die Frage SPD oder CDU oder FDP, sondern auch ein paar allgemeine Fragen zur Orientiertheit. Das ist vielleicht ein Scherz. Das ist natürlich flapsig und naiv oder... Ich möchte nur den Gedanken zu Ende sagen. Es ist, und wer die nicht beantworten kann, dessen Stimme zählt nicht. Ja, das ist natürlich ein ganz brisanter Punkt der Demokratie. Darf die Mehrheit der Doofen bestimmen, was passiert? Das ist genau der richtige Punkt. Es ist natürlich eine Flapsigkeit, es ist natürlich nicht ernst gemeint, dass so etwas realistisch durchsetzbar ist, aber es geht um das Gesamtverständnis. Wenn man sich ab und zu mal anschaut, wenn bei RTL 2, um das mal so zu nennen, in Umfragen auf der Straße gemacht werden, das sind manche nicht mal in der Lage, ihren Namen auswendig aufzuschreiben, geschweige denn zu wissen, wer gerade das Land regiert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so jemand die gleiche Stimme hat und dessen Stimme genauso zählt, wie er dessen, der sich seit Jahren damit auseinandersetzt und beschäftigt... Lass mich ausreden. Das ist eigentlich kein Problem, wenn die Masse der Bevölkerung informiert ist. Das Problem entsteht dann, wenn die Mehrheit der Bürger immer desinteressierter wird, sich immer weniger mit den Sachen auseinandersetzt, aber dann trotzdem entscheiden soll. Wenn dann von denen noch viele nicht zur Wahl gehen und von den anderen gehen viele zur Wahl, dann wird es ganz riskant. Und deshalb ist... Aber wenn alle die Dummen auf der Straße stehen und demonstrieren würden vor den Banken, wären sie auf deren Seite. Moment, nein, 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 Vorsicht. Ich bin nicht dafür, dass die Dummen auf der Straße stehen und gegen die Banken demonstrieren. Ich bin dafür, dass der Bürger sich informiert, dass wir eine sehr, sehr viel höhere Informationsrate bei der Bevölkerung haben und dass die Menschen verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und sich dafür engagieren. Aber wir finden genau das, was in Stuttgart passiert. Es sind ja in Stuttgart und es sind bei der Occupy-Bewegung. Es sind nicht die Planlosen, die da stehen. Auch da gibt es welche dabei. Sondern es sind die, die gut informiert sind, die sich mit dem System auseinandersetzen, die demonstrieren. Das kann man vom Bürger nicht erwarten. Meine Güte, er hat auch noch was anderes zu tun. Das ist, was man reden, schon lange. Wir haben auch noch was anderes zu tun. Ich muss doch zumindest mal wissen, ob ich eine Bundeskanzlerin habe oder nicht. Ich kann es aber nicht erwarten und nicht erzwingen. Das ist das Problem. Das meine ich damit, das ist eine Entschließung. Ich spüre, mit keinem Anweschen informieren sich die Leute und können das auch.